So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von South Park. See you, tschüss. Jetzt hat er dich gespeichert, dass ich die nicht gelootet habe. Na gut. Äh, ja, ne? Willkommen zurück und so. Das letzte Mal haben wir den, ähm... ...bei Riesenvotos besiegt. Wir sollen jetzt in den Norden, aber... ...das machen wir jetzt nicht, denn ich will noch ein bisschen Nebenquests erledigen. Und zwar... ...in... ...der Kanalisation, denn wir müssen immer noch El Gorda treffen und irgendwie, äh... ...ne, den Schweinebärmann oder... ...das ist ein bisschen komisch, aber... ...das ist okay. Ähm... ...ich warte jetzt eigentlich nur, bis endlich mal so ein blöder Waypoint kommt hier. Ah. Das Spiel hat gelegt. Was ist das denn? Äh... Genau. Oh, guck mal. Direkt der richtige Punkt. So, dann können wir nämlich mal in die Kanalisation... ...da waren wir noch gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt nur... ...ob ich da sowieso jetzt erst rein kann oder ob das auch schon vorher ging. Keine Ahnung. ...to be honest. Oh! Uh! Das ist das letzte Kind, oder? Okay, da haben wir die Quests ja jetzt auch erledigt. Nett. Zumindest rein theoretisch. Ich bleib trotzdem hier drin. Hm. Wupp. Wupp. Ich freu dich nicht. Bei Kyre. Dö-dö-dö-dö-dö-m. Oh, es geht tiefer. Ich meine hier nicht tiefer Lockhart aus Final Fantasy VII. Clear. Au. Äh... Okay, einfach. Einfach abschießen, wa? Noch mal extra für Butters Nach starker Magie Ja Ich verstehe, was du damit sagen willst, Butters Ups Ja, B, die sollst Ratten mittlerweile haben Wir leveln ja mit, wa Warum ist mein, ich werde manchmal so schwach Ich verstehe das nicht Das war zum Beispiel ein One-Hit Mann, ich krieg das nicht hin Ganz bitter Overkill nennt man das wohl Bam Heiliger Bonus-Schaden Nein Ja, ich hatte Hoffnung Na gut, dann Eben So Und Butters Gut Äh, gib Elgorti die Defibrillator-Daten Aha Aber Ich würde erstmal gerne weiter Ah, okay Weiter erkunden Ich wollte gerade sagen Ich kann hier noch hin Okay Ah Warte mal, ist das nicht Doch, ne Oh Welchen Pokémon Ich meine, das hier Ist das nicht hier Der einzig wahre Ja Pils No, es ist nicht Anyone with Pils For you Darling, okay I called that Motherfucker Three hours ago This is my Lovely wife Autumn She celebrates Christmas With Vodka And Muscle Relaxers And here Every day Is Christmas Wait Where the fuck Are my kids What do you mean Where are the kids You're supposed To be watching Them out Back Autumn No They were being Watched By the babysitter The babysitter Quid four months Ago When you threw Up on her Don't you Fuck it Yet I Don't you Excuse us A minute Don't you Ever Embarrassed By the Stranger Like that You're gone You're fucked At him And you don't Know where You can't Fuck you They all Can't Tell your Paces You Now Fuck you I Fuck you Howdy How Listen I gotta Get my Wife Some help Could you Go look For our Children I sure Would Make it Worth Your While There's Simon Amber And Corn Wallace Tell them Their father Wants Them home Right Away My Baby Bring Me That Baby You're a Fucking Trainwreck Mr. Hanky Ja geil Wollte gerade sagen Ich habe seine Bude gesehen Und dachte mir Ja Mr. Hanky Wohnt auch in der Kanalisation Na Warte Watt Ah Schön Okay Wo soll ich die denn jetzt finden Sind die in der Kanalisation Oder Zählen die irgendwo Anders Rum Wahrscheinlich Wären die dann Irgendwie So In Solch Dinger Dran War Das Wird Passen Mann ey Erstmal Kokse Damit ich Klein Werde Rumpenscheiße Äh Aua Sag bin ich jetzt klein Ich hoffe nicht Yo Sind wir Viele Viele Da schien nicht mal der Der Nicht mal das blinken Würde ich sagen Ja Schön Mist Wird wieder so geiles Timing haben Hat aber nicht funktioniert Ich bin gleich tot Mann fucking Timing Ich krieg sie nicht Ich krieg sie nicht Overkill Mal wieder Ja Ja Nice Dann Wadders einmal rauf Und dann ist fertig Zu viele Kämpfe So Okay Gut Oh Okay Ja du bist ja auch scheiße Das können damit zusammenhängen Aber ich glaube Wenn ich hier jetzt rausgehe Komme ich wieder irgendwo raus Oder Ah ne Doch nicht unbedingt Ups Äh Das ist doof Das sind einfach Fächer Ähm Hey Warte mal Was Bist du ein Nazi Penner Nein Sehen die denn auch zu Yo Die ich besiegen muss That's not nice That's not nice Bann Yo Alter Wanted sie mich halt fast Können wir Äh Nein Falsch Gut Dann wanted sie ich die Das fieh ich eben Oh man War genau meine Absicht Kappa War voll dumm Dass ich jetzt hier wieder Na Ich würde es gerne nochmal Rückgang machen Den kompletten Kampf Ich hab alles verkackt Was man so verkacken kann Ich hab alles verkackt was man so verkacken kann gefühlt Äh Äh Guck mal Das war ein guter Angriff Was war schön mit dir Was war schön mit dir Oh boy Oh boy Muss ich mal einen schönen Grundeem Wiederbelebungstrang gleich aufopfern Ist ja ätzend War das nicht auch was Irgendwas hatte ich doch noch angehopft Der Feinde durch Äh Ja Schädel durchtrinkt Na gut Whatever Warum mache ich nur so wenig Schaden Manchmal Ich raff das halt überhaupt nicht Er ist tot Lull Alter Ich hab A gedrückt statt X Ich bin so ein dummes Stück Kotze Na egal Nein nicht egal Ich mach dir wieder nur so wenig Damage Oh ich hasse das Ja leck mich am Arsch Okay der ist weg Mach's wenig an dem Viech mehr Schaden Ja Was ein Kampf ey Der kann ja wohl nicht wahr sein Ich benutze Spritze Okay Okay Wo sind wir Wo war ich eigentlich genau Ich find die Auswahl der Angriffe nicht so gut gelöst Ja wo geh ich jetzt runter Warte mal Lass mal ein Schalter Damit komm ich aber glaube ich wieder hoch oder Oder wieder raus Gehen wir erstmal nach unten Aber da ist Ein weiterer Ja genau Na gut Was hamburgers Die einfach Schilder haben Oh Mann Boah Sehr schön Warte steig Ratten sehen so scheiße aus No 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 Wartei nochmal bei dir Das war nicht so stark das nervig war das ist gleich wieder tot es ist nervig wenn irgendwie die Waffe manchmal so wenig Schaden macht ich erkannt auch nicht warum das werde ich ja wohl hinkriegen auch wenn du gleich noch mal stirbst vielleicht aber Gegenstände ich habe keine großen Grundsatz Tränke mehr bald ich krieg's jetzt nur einen kleinen hier macht es ja noch der Mensch muss ja immer meine Waffe irgendwie updaten oder so meine Güte von Wallis neue Freundschaftsumfrage okay ich habe auch eine Waffe na gut äh gut ich bin hier sogar durch ah mein Wiederbedingungsdrang wieder drin den ich gerade verloren habe ah gut äh ja ach ficken mir fällt gerade mal was auf Leute ich nehme gerade noch in der Stream Qualität auf das heißt mit 30 FPS vor wenn wir nach der Folge ändern äh gut was ist jetzt hier unten ah das wir gesehen haben TV Auszeichnung oder sowas hier drin ist auf jeden Fall Mergency Exit ah da hat der Verschwendung Mr. Zweig jawohl Mr. Zylinder kommt der wohl noch vor äh 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 ist man dir vorbei Kollege verdammte Penner oh wörtlich oh es sind gleich zwei äh äh das da das ist gerade einmal mehr AP hat als der Penner keine gebunden schlagen die ich gerade nicht gebraucht habe ey ich kriege diese beiden anderen immer nicht gedodged oooookay ähm ich will die ganze Zeit den hier macht den sie wieder halbwegs nochmal in Schaden hier oooookay so weg und du auch gleich hohoho auch durch die Rüstung macht das halben Damage man ich kriege immer nur zwei gedeutscht man was ist das für ein Scheiße haben den Griff erhüllt so sehr schön jetzt hast du nochmal einen Hammer drauf und fertig ist die Kiste meine Güte hast du ein Level ab oooookay mein Gott es gibt irgendwie so viele Gänge und so wa ok brenn da irgendwas ich habe es nicht gelesen leider es tut mir leid eh ich muss aber gleich nochmal gucken wie ich die andere da rette aber irgendwie finden wir schon eine Möglichkeit was 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 ah guck mal da ist doch der letzte okay gesundverschein kleiner mhm mhm ok das krieg ich ja wohl den hier ach du heulige alter viel damit gemacht ist nicht viel auf jeden fall muss ich mir jetzt mal da durchkämpfen wa oooook die Folge ist fast vorbei fern wir mal auf boah jetzt alle fünf Angriffe hier durch oh boy da ist das schrecklich oooook gut jetzt ist er wieder tot mhm ok es ist interessant dass ich hier irgendwie alles perfekt blocke ich habe ja alles schon mal half gemacht doch das kann man doch irgendwie benutzen brauchen fucking butters oh das reicht super sehr schön oh das reicht super sehr schön du feuchst das auf dem hatte stehen fuck boah immer diese ganzen Eingriffe abwarten war sooo 100 Bonusschaden retten wir mal ein bisschen den Arsch so sehr schön haaa mein Gott thanks so much mister I was afraid those rats were gonna get me and I was gonna end up a floater wie scheiße normalerweise endet oh mein gawd alles dreimal gut leute dann wende ich jetzt aber die Folge ich hoffe es gefallen wir sind zum nächsten mal hier wieder und dann holen wir uns auch das letzte Kind von Mr. Hanky also bis dahin tschuuuue j Victor j mal